So hallo Freunde des Microsoft Flight Simulators und willkommen in Sarajevo, Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Da bin ich noch nie geflogen, aber bei Microsoft werden ja immer neue Entdeckungsflüge eingebohrt in die Software und deswegen dachte ich mir machen wir mal einen Rundflug. Ich habe keine Ahnung was hier an Sehenswürdigkeiten gibt. Ich habe das gerade auf der Karte geschaut, der Fluss der durch die Stadt fließt heißt Miljaka. Mehr kann ich zu der Stadt auch nicht sagen, außer dass im Bosnienkrieg wahrscheinlich viel kaputt gegangen ist. Aber es scheint eine ziemlich hügelige Landschaft zu sein. Das Flugzeug ist ja auch schick was ich da gerade fliege. Finde ich immer faszinierend wie die V-Werk, wie das V-Werk animiert ist. Cool. So, was haben wir denn da alles im Hochhaus. Der Sonne steht ziemlich tief, so wie es aussieht. Nationales Museum. Hm, da ist ja ein Haufen Werbung an den Hochhäusern interessant. Allerdings ist glaube ich, der kleine Fluss wieder. Wie, die Grafikkarte hängt gerade ein bisschen. Oder hat nachgeladen. Ja, das sieht hier mehr so nach Plattenbau-Siedlung aus. Ja, fast kommunistische Ära. Na gut. Ja, ist jetzt nicht so besonders aufregend, die Stadt. Was haben wir da noch auf dem Hügel? Ja, diese modernen Cockpits sind irgendwie schon faszinierend. Mit den GPS-Anzeigen und 3D-Landschaftsmodell. Ziemlich cool. Kann man im Nebel im Prinzip oder im Dunkeln fliegen. Ja, schicker Fernsehton. Na gut, dann werden wir mal irgendwo landen. Ist ja mal einen Flugplatz zu sehen. Muss ich vielleicht mal die Karte anschalten. Flugplatz, Flugplatz. Oh ja, direkt vor mir ist einer. So, fliegen wir mal in die Richtung. Vielleicht ist das ja der internationale Flugplatz. Dann können wir mal auf einer richtigen Piste landen und nicht irgendwo in der Stadt. So, da vorne schon, wo Sarajevo dran steht. Wollen wir schon. Was haben sie denn da eine Moschee? Ach du meine Güte. Ah ja, das sieht irgendwie nach internationalem Flugplatz aus. Ah, das gibt wieder Ärger, wenn ich da ohne Landenehmigung runtergehe. So, müssen wir mal schauen. Da rechts ist die Landebahn. Na ja, die ist schön lang. Da kommen wir auf alle Fälle runter. Klappenhaus. So, machen wir bloß eine Piste. Also so ist es. Ach, da kommen wir noch auf dem Vorfeld landen. Das macht noch mehr Spaß. Na ja, kommt ein Auto gerade da vorne. So, ja, das war Sarajevo nicht besonders aufregend. Was haben sie denn hier auf dem Flugplatz zu stehen. Oh, das brauchen wir am Provinzflugplatz. Was ist denn das hier? A350? Oh ne, ich glaube nicht. Okay,ендustrum und kopf. Also,querdenk.